Hallo, ich bin Remo Weiss von Mühleburg Holz und heute zeige ich euch den Beruf von Mehlmüller und Futtermüller. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil er sehr vielseitig ist. Wir arbeiten an kleinen und grossen Maschinen. Was mir sehr wichtig war, wollte ich mit Naturprodukten arbeiten. Ich habe mich für Mühleburg Holz beim Schnupperen entschieden, weil es ein super Arbeitsklima ist. Ein kleines Team mit einer sehr grossen Leistung. Wenn ich Probleme auf dem Beruf oder in der Schule hatte, hatte ich enorm viel Unterstützung, weil sehr viele Fachleute dumm sein. Was mich jeden Tag motiviert in Mühleburg Holz ist die Vielseitigkeit des Berufs und jeden Tag ist anders. Viele Stationen, wo man überall andere Aufgaben hat, bei Getreideannahme, z.B. Reinigung etc. bis zur Vermallung, im Tierfutterbereich, wo man würflich machen kann, flockieren oder auch mehr. Der Vorteil von Mühleburg Holz ist, du kannst nach der Lehre in der gleichen Firma ein Zusatzlehrjahr anhängen und bist dann auf beiden Fachrichtungen geschuld. Was auch noch zu cool ist, ist in dieser Firma eine Edukultur. Im Job allgemein ist am Wochenende frei. Und wir würden uns in unserer Firma etwas festhalten, grillieren und es einfach lustig haben. Hey, hat dir der Einblick gefallen? Dann erheb dich doch als Futter an den Lebensmittelnmühlen im Mühleburg Holz. Mühleburg-置attan Rückspiegel Und wir würden uns